Ararat Der Berg Ararat ist ein Vulkan im Ararat-Hochland in Ost-Anatolien in der Nähe der Grenze zu Armenien und dem Iran. Er ist mit seinen 5165 Metern der höchste Berg der Türkei. Außerdem handelt es sich bei diesem Berg um einen der wenigen freistehenden 5000er der Welt. Bereits in der Bibel fand er Erwähnung, da Noah dort mit seiner Arche gelandet sein soll. Der Ararat ist eines der wichtigsten bzw. sogar das wichtigste Nationalsymbol der Republik Armenien. Obwohl der Berg weder auf armenischen Staatsgebiet liegt noch aufgrund der geschlossenen Grenzen von Armenien aus zugänglich ist. An Reise von Istanbul oder Ankara fliegt man einmal täglich nach Van Amfansee in der Osttürkei. Wegen der Flugzeit ist für Reisende aus Mitteleuropa bei organisierten Bergtouren regelmäßig eine Zwischenübernachtung in Istanbul eingeschoben, die zur Besichtigung dieser geschichtsträchtigen und kulturvollen Metropole auf zwei Kontinenten genutzt werden kann. Von Van dauert es noch einmal vier bis fünf Stunden, bis man zunächst entlang des Südufers des Vansee und dann über den Tent Urek Pass auf 2644 Meter Dugubayazit auf einer Hochebene an 1800 bis 1900 Meter erreicht. Diese Stadt mit überwiegend kurdischen 74.000 Einwohnern ist derzeit Ausgangspunkt für alle Besteigungen des Berges Ararat. Bis 1918 wurde der Berg fast ausschließlich vom Norden aus Yarevan über Etchmiadzin und das St. Jakobskloster ausbestiegen. Heute fährt man von Dugubayazit aus über die alte Seidenstraße mit heutiger Bezeichnung hier als Europastraße E80 in Richtung des naheliegenden Iran, biegt etwa 20 Kilometer vor der iranischen Grenze links auf eine unbefestigte Schotterpiste ab, fährt über einen Quellbach des Euphrat, anschließend durch das rustikale Dorf Dobkatan bzw. Kurdisch Kanikorg und erreicht nach sehr steilen letzten Anstieg der Piste das kleine kurdische Hirtendorf bzw. den Weiler Ilai auf etwa 2250 Meter direkt am südlichen Fuß des Ararat. Hier erfolgt etwas über dem Weiler die Umladung des Gepäcks aus dem Minibus auf Packpferde bzw. Esel. Das Basislager befindet sich eine Tagestour entfernt dann auf 3150 Metern. Hintergrund der Name Ararat ist die hebräische Ableitung für das erste assyrische Königreich und Volk Ur-Artur in dieser Region. Für die Türken ist er der Büyuk-Egri-Dagi, der große Berg der Schmerzen, für die Kurden der Ziya-Egri, der Feuerberg, für die Armenier der Massis, die Mutter Erde, für die Perser, Iraner, der Kuh-Enu, der Berg des Noah, für die Araber der Jabl-El-Herd, der Berg des Pflügers. Beim Smithsonian-Institute ist er als Vulkan Nummer 0103 bis 04 erfasst. Die Erstbesteigung erfolgte am 27. September 1829 durch Professor Friedrich Berrett, deutscher Physiker im Dienste des russischen Zaren Nikolaus I., als Rektor der Universität Doerbad, dem heutigen Tattoo im südlichen Estland. Der Araratragt als einzeln stehender Berg von der Hochebene auf türkischer Seite mit 1800 bis 1900 Meter bzw. der Hochebene auf armenischer Seite mit nur 800 bis 900 Meter Dominant bis auf die Gipfelhöhe von 5137 Metern. Die 5137 Meter sollen die Höhe laut aktueller GPS-Messung sein, wobei auch 5165 Meter auf nicht-türkischen Karten angegeben werden. Der Erstbeste-Eiger Professor Perrett, Erfinder des wissenschaftlichen Bergsteigens, hatte die Höhe 1829 mit damaligen barometrischen Höhenmesser mit 5155 Metern bestimmt gehabt. Der Ararat beherrscht mit seinem Doppelgipfel des kleinen und des großen Ararat visuell die gesamte Region und ist auch von Armenien und dem Iran aus deutlich sichtbar. Der Berg grenzt mit seinem nördlichen bzw. östlichen Bergfuß direkt an beiden Nachbarstaaten der Türkei. Er dominiert auch die Skyline der etwa 55 Kilometer entfernt liegenden armenischen Hauptstadt Yerevan beim Blick nach Südwesten. Er liegt seit den Verträgen der Bürgerlichen Republik Armenien von 1920 und Sowjetrusslands von 1921 jeweils mit der Türkei vollständig auf türkischem Gebiet. Sehenswürdigkeiten Der Palast im Zuge des Russischen Krieges gegen den Schar von Persien und den Pasha von Bayer zieht im Jahr 1829 als Kriegsbeute in die Eremitage im russischen St. Petersburg gelangt und heute nur dort zu besichtigen. Die Moschee im Palast war noch bis in die 1980er Jahre in bestimmungsgemäßer Nutzung. Oberhalb des Palastes liegt das einfache Murat-Restaurant. Bergwärts hinter und über dem Fürstenpalast sowie über dem Talkessel liegt die noch jahrhunderte ältere Festung Dorgubiazid Khaleesi mit zahlreichen in den Fels gehauenen Gängen, Stollen und Pfaden. Sie diente der Absicherung der Zolleintreibung und des Handelsverkehrs auf der von Iran her führenden Seidenstraße. Frühe Siedlungsristen nahe der Festung wurden auf etwa 800 vor Christi Geburt geschätzt. Die Festung kann auch besichtigt werden. Nahe der iranischen Grenze befindet sich ein Meteoritenkrater. In Telzeca erwartet den Besucher ein Museum der Archenoa, wobei das dortige schiffsähnliche Gebilde nur eine Laune der Natur in Form eines abgerutschten Felshanges ist. Außerdem kann der nahegelegene Fansee, Fan Gölü, besichtigt und befahren werden. Der See ist 120 Kilometer lang, bis 80 Kilometer breit und 450 Meter tief, siebenmal so groß wie der Bodensee. Im See liegt die Insel Akdamar mit einer armenischen Kirche aus dem 10. Jahrhundert. Die Kirche ist nach Restaurierung seit 2007 wieder offen. Allerdings nur als Denkmal. Dem armenisch-orthodoxen Kirchenoberhaupt wurde es verwehrt, auch nur einmal jährlich einen Gottesdienst abzuhalten. Die Türken wollen wohl jeden armenischen Restitutionsanspruch vom Ansatz her vermeiden. Einheimische führen Bootstouren zur Insel durch. Aktivitäten Heute liegt der Berg Ararat in einem militärischen Sperrgebiet der 1. Inspektion des Generalstabs der türkischen Armee, was zum Ausbleiben der Touristen führt. Nach einer Sperrung des Gebietes im Jahr 1990 ist der Berg seit 2000 wieder für Bergsteiger auf der Südroute zugänglich. Allerdings ist dafür etwa zwei Monate vor beabsichtigter Besteigung ein Visa für den Aufenthalt im militärischen Sperrgebiet zu beantragen und einzuholen, obwohl die Türkei von Deutschen normalerweise nur mit Personalausweis besuchbar ist. Bergtouren sind zudem nur mit einheimischen lizenzierten Bergführer zulässig. Es wird ausdrücklich gewarnt, dass unangemeldete und nicht geführte Bergsteiger außerhalb der einzig zugelassenen Südroute ohne Vorwarnung beschossen werden können. Bergtouren Die Südroute ist die derzeit einzig vom türkischen Militär in der sich über den gesamten Bergerstrecken den militärischen Sperrzone zugelassene Normalroute. Sie beinhaltet keine großen technischen Schwierigkeiten. Absolute Trittsicherheit und ein geübter Umgang mit Eispickel und Steigreisen, 8, 10, Zacker mit Antistollplatte genügen, werden jedoch am Gipfeltag vorausgesetzt, da die Tour dann sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg vielfach quer über sehr steile Schnee und Eisrinnen und ab ca. 4850 Metern über Gletscher führt. Auf dem Gletscher sind auf der Südroute keine Spalten. Das Abbremsen von Stürzen mit dem Eisbickel in wirklich sehr steiler Schnee oder Eisrinne sollte vorher in den Alpen geübt worden sein. Hüftgurt und Seil oder mindestens Reb sind selbst mitzuführen, die Bergführer haben entgegen anderslautenden Ankündigungen der Bergtourenveranstalter kein Seil mit. Der Ararat selbst wird meistens abfahren, der Siedlung Kolpan am Südufer des Fannsee oder Dogobayazit in vier Tagestouren gemacht, wobei mindestens ein, besser zwei weitere Tage vor dem Ararat für den Einstiegsberg Südbahn mit seinen 4058 Meter eingeplant werden. Entscheidend sind eine ausreichende Höhenaklimatisierung bereits unmittelbar vor dem Abflug an den Berg mit mehreren Touren deutlich über 3000 Meter, besser über 4000 Meter und Schlafstellen mindestens über 2500 Meter am besten in den schweizerischen Alpen und die entsprechende Kondition. Die Höhenaklimatisierung vorher in den Alpen ist wichtiger als die Kondition. Jüngere riskieren eher die Höhenkrankheit, weil sie im Vertrauen auf ihre Kondition im Höhenbereich bis etwa 3500 Meter viel zu schnell gehen bzw. steigen, um es den Alten zu zeigen, was sie sportlich so drauf haben. Üblicherweise wird vor dem Ararat der 4058 Meter hohe Südbahn direkt am Nordufer des Fannsee bestiegen. Hier soll man es nicht übertreiben. Die in diesen Höhen ungewohnte und auch für Alpen erfahrene Mitteleuropäer und erwartet sehr große Hitze mit bereits 34 Grad Celsius früh gegen 10 Uhr und ein zu schneller Aufstieg auf diesen Wandergipfel können das Zuschlagen der Höhenkrankheit bereits hier verursachen. Späteste Startzeit für den Südbahn aus mindestens 2500 Meter Höhe sollte 5 Uhr am Berg auf dieser Höhe sein, nicht nur für die Fahrt an den Berg. Sonst riskiert man wegen der Höhenkrankheit, dass der Ararat nicht mehr machbar ist. Die Ararat-Besteigung selbst erfolgt so, dass am ersten Tag vom mit Minibus erreichten Dorf Ilay aus ca. 2260 Metern aus in kurdischer Hitze über 5 Uhr zum Basecamp in ca. 3260 Metern, am zweiten Tag vom Basecamp aus ca. 3260 Metern in etwa 5h des Highcamp auf ca. 4200 Meter, am dritten Tag vom Highcamp aus in etwa gesamt 14 bis 15h ab etwa 1 Uhr von ca. 4200 Metern auf den Gipfel in 5137 Metern und anschließend mit Hause im Highcamp bis zum Basecamp wieder auf ca. 3260 Meter und am vierten Tag vom Basecamp aus in etwa 2 bis 3h zum Dorf Ilay auf ca. 2260 Meter gezogen wird. Der Aufstieg vom Basecamp in das Highcamp führt stundenlang Wege. Unterkunft in Doguberts sind einige Hotels unterschiedlichen Komforts zu finden. Ebenso kann der Bergsteiger auch bei den Familien der kurdischen Bergführer übernachten.